Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kommunalservice bei der Straßenmeisterei Ostberg im Landwirtschafts-Sonata 22. Wir haben hier heute einen umgestürzten Baum gemeldet bekommen. Hier liegen auch noch Trümmerteile, seht ihr. Ich habe hier eine kleine Baustelle aufgebaut, die größten Teile mit einem Häcksler gemacht, der ist jetzt voll. Den bringen wir dann auch noch weg, das Häckselgut. Laden wir jetzt erstmal die übrigen Stämme noch hier drauf, dass die da nicht rumliegen. Und dass wir da einfach ein bisschen sicherer sind. Jetzt mal hier gerade mal gucken, dass ich das hier noch zumache. So, zack. Die legen wir dann da noch irgendwie drauf einfach. Die größten... 6,5 Stunden später. Nachdem wir hier unser Auto jetzt beladen haben, können wir hier auch schon wieder zumachen. Und die ganzen Partybeleuchtungen hier mal ausmachen. Zack, die Bohne, zack, die Bohne. Und parken den wieder auf dem Betriebshof. Am besten da hinten zu unseren Sachen hin. So, perfekt. Dann werden wir jetzt... uns hier noch um die Barge kümmern, dass die hier wieder fahren können. Anschließend hier noch das Teil weg. Das schiebe ich jetzt einfach kurz rüber, dass ich da nicht ewig rummache. 2 Stunden später. Dann eine gute Fahrt, kannst du hier weiterfahren. Die stellen wir an die Seite. Oder besser gesagt, wir stellen es so hin, weil da pflanzen wir jetzt noch den Baum hin. Das bringen wir erstmal auf den Hof auch. ... Das war's für heute. So, dann befinden wir uns jetzt hier wieder auf der Straße und entfernen noch da vorne unseren Baumstumpf. Schauen wir mal da drunter kommen, oder drüber besser gesagt. Oh, da kommt noch ein Ast raus, ne, nicht ganz, dann werden wir den einfach noch mal ein bisschen tiefer sägen und werden das kleine Stück da noch einfach daneben legen. So, perfekt. Und dann werden wir das einmal entfernen. Wo ist die Aktionstaste? Zack. Schauen wir mal, was wir da genau drauf fahren. Ja, perfekt. Einmal entfernen. Dann ist der Baumstamm stumpf hier auch weg. Wir machen das einmal wieder aus. Wir stellen uns hier mal kurz zur Absperrung auf diese Straßenseite. Fahren unser Lenkrad hoch. Dann können wir den abschalten. So, und zwar den hier. Und werden noch zwei Setzlinge pflanzen, weil wir haben jetzt natürlich einen weg gemacht und wollen da eben noch als ökologische Gemeinde quasi noch einen neuen dazu pflanzen. Das einmal hoch. Dann muss ich noch rundum leuchten an. Let's go! Dann geht es los. Menge. Wir werden... Und genau, wie gesagt, wenn ihr mehr von solchen Kommunalservice-Folgen haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und abonniert meinen YouTube-Kanal. Das heißt, wir stellen uns am besten irgendwie so her. Und werden es einmal senken. Erster Setzling. Und der zweite. Können wahrscheinlich auch noch einen dritten hin machen. Perfekt. Jetzt gucken, dass wir den nicht umnehmen. So. Hinten schön raus. Und dann können wir hier wieder abdüsen. So. Das war's mit der heutigen LS22 Kommunalservice-Gemeinde-Folge bei der Straßenmeisterei Ostbeck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mehr solcher Folgen lasst das Video bereit gehen und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen zum nächsten Video. Und tschau.